Dir. Wegen dir kann ich jetzt nicht schlafen. Schau mich an, wenn ich mir da geht. Danke. Minecraft Monster. So, du bist hier wieder komplett voll. Ja. Ich brauche jetzt da eigentlich nichts mehr weiter. Na, dann lass mal dich hier einfach. Und ich wollte heute ein bisschen unterwegs sein. Und schauen, dass ich hier noch irgendwas finde. Zwecks. Hier ist mal alles rein. Kohle. Cobblestone. Die brauche ich doch jetzt alles hier gar nicht. So. Ich wollte ein bisschen nach schwarzem Holz Ausschau halten. Denn ich wollte hier dieses wunderschöne Dach mit schwarzem Holz machen. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich da irgendwo irgendwas Schönes finde. Da oben ist ein Auranot drinnen. Wo könnte ich denn hier am besten schwarzes Holz finden? Vielleicht gibt es hier was in der anderen Welt. So. So. Lade. Danke. Okay. Was bist denn du hier eigentlich für Holz? Canopy Tree Wood. Ich habe auf jeden Fall viel von dir bekommen. Dieses dunkle. Das wäre vielleicht noch ein bisschen was. Hier schwebt auf jeden Fall eine Auranot. Du bist normales Oakwood. Also nicht normal, aber... So. Na, ich bekomme Spruce Wood. Spruce Wood aus dir. Schade. Schade, schade, schade. Mh, den... Die Map habe ich dabei. Okay. So. Magical Map. Hier oben könnte ich vielleicht in diesem Dunklen irgendwas finden. Vielleicht auch da rechts bei der Hydra. Irgendwas Schönes, Dunkles. Auf jeden Fall gibt es hier Feuer. Vollfeuer ist immer gut. Birch Wood eher weniger. Ach komm, jetzt gib mir doch hier irgendwas Schönes. Irgendwas ganz Tolles. Ganz, ganz tolles Holz. Was bist denn du hier eigentlich für Holz? Du bist... Okay. Oh, ich habe gedacht, ich kann euch komplett... Na, ich bin ja hier... Darkwood. Darkwood Wood. Ich habe Darkwood Wood. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme hier aus dem ganzen Zeug nur Spruce Wood raus. Das hilft mir natürlich nicht sehr viel weiter. Ich könnte mal in dieses eine bunte Biom schauen. Da würde ich... Könnte ich vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Hier fehlt ein Baum... Äh, ein Baumberg. Das ist auch nicht schlecht. Einfach mal so ein halber Berg weg. Geht es hier wieder zurück? Nein. Neben irgendeinem großen Baum ging es auf jeden Fall mal wieder zurück. Ich habe nur keinen Plan, wo das war. Ich bräuchte hier in Minecraft echt eine bessere Orientierung. In dem Wald hier schaut alles so gleich aus. Da geht es zurück. So. Äh, ich weiß noch so ungefähr, wo ich... Wieso mache ich das jedes Mal? Ich mache das nicht mit Absicht. Das müsst ihr mir glauben. Ich gehe aber vorher kurz pennen. Nicht, dass ich hier wieder komplett belagert werde von irgendwelchen Monstern. Die machen mir zwar nichts. Aber es ist trotzdem besser zu pennen. Hm. Diese Richtung war das, glaube ich, wo ich hin wollte. Ich nehme es an. Ach. Wasser. Blödes Wasser. Alles voller Algen. Nein, geht weg, Algen. Verbreiten sich wahrscheinlich wie normale Algen. Oh, ich will keine Algen haben. Hallo. Na, habe ich Feuerschaden? Nee. Gut, dann sollte es eigentlich theoretisch... Hm, wieso bist du denn abgehauen? Wieso bist du abgehauen? Sollst du auch nicht abhauen hier. Ähm. Ja, diese Geschwindigkeit ist einfach nur schön. Hier, in diesem wunderschönen, bunten Wald, werde ich doch irgendwo irgendwie Holz finden, was mir irgendwie gefällt. Zeitholz. Okay. Ich habe keine Ahnung. Yellow Tree Dye. Was bist du? Tigerholz. Schaust schön aus, bist in der Mitte, aber eher weiß. So, ich sollte dich hier mal vielleicht aufstellen, dann sehe ich, wie du ausschaust. Schaut aber ehrlich gesagt echt geil aus. Von dir muss ich mir noch ein bisschen was mitnehmen. Zakugerholz. Darkwood. So was habe ich gesucht. Darkwood Planks. Ja. So was schaut gut aus. Dich nehme ich mit. Hast du hier auch irgendwo Light Blue Saplings? Ne, ich wollte Darkwood Saplings haben. Oder gibt es dich nicht als Sapling? Kann natürlich auch sein. Das andere hieß Tigerholz. Redwood. Darkwood Blau. Blau. Fusewood. Fusewood. Es gibt hier so viele Holzsorten. Was bist du, Mabel? Tigerholz. Du schaust ziemlich geil aus, muss ich sagen. Eisenholz. Ah, da ist noch mein Tigerholz. Was bist du? Fusewood. Wieso hast du Schaden bekommen? Bist du von irgendwas runtergefallen? Blödes Schweinchen. Ähm, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Darkwood. Ich setze mir mal auch das Darkwood hier unten in die Leiste, damit ich weiß, wie es ausschaut. Okay, es schaut ziemlich dunkel aus. Tigerholz. 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 Haben wir jetzt eigentlich genug? Ich brauche mehr Darkwood. Kann ich mir das irgendwie bauen? Dark. Block of Dark Iron. Schaut natürlich auch geil aus. Ne, Darkwood. Ich kann mit dir alles bauen, was ich normalerweise auch bauen könnte. Toll, das steht aber nicht da, wie ich dich herbekomme. Gibt es ein Zeppling? Dark Zeppling. Bam, so plenty. Habe ich leider noch keinen bekommen. Warte mal, ich habe doch in meinem Handschuh hier den Leaf Blower drinnen, oder? Ne, habe ich nicht. Wieso habe ich da keinen Leaf Blower drin? Ich muss mir den Leaf Blower installieren. Dann wäre das wesentlich einfacher. Da steht natürlich auch so blöd nebeneinander, dass ich hier nichts bekomme. Besser gesagt, dass ihr nicht einfach decayt. Sondern, dass ich euch per Hand abbauen muss. Komm, geh weg. Geh weg, ihr Blätter. So, dann mache ich mal hier ein bisschen auf. Habe ich Black Zeppling. Kann ich den hinstellen? Kann ich den irgendwo hinstellen bei mir? Ich hoffe. Und nicht muss ich schauen, wie ich das irgendwie bekomme. Ich muss jetzt hier auch erstmal kurz zurück und meinen Handschuh upgraden. So braucht man ja ewig. Lauf ich in die richtige Richtung? Ich hoffe es. Ja, gut. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass ich nicht mehr heim finde. Aber jetzt weiß ich wieder so halbwegs, wo ich bin. Und weiß, dass ich da hinten heim muss. Ich hätte auch springen können. So. Sind jetzt hier alles wieder voll von Algen. Ich kann natürlich auch mehr essen. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Ah, geh weg, ein Video, Dings. Ich habe keinen Plan, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Es ist schön, dass optimale Einstellungen heruntergeladen worden sind. Ich brauche die noch nicht. Ich stelle meine Spiele selber ein. Muss ich mal schauen, ob ich das irgendwo ausstellen kann. So, kann ich dich hier jetzt aufstellen. Ja. Kann ich dich mit Bonemiel irgendwie größer machen? So, ich lasse hier auf jeden Fall alles auf Englisch. Zeitholz. Du bist gar nicht das, was ich wollte. Mann. Oh Mann. Was brauche ich denn jetzt hier eigentlich für den Leaf Blower? Plus 1 Attack Damage. Das ist schön. Brauche ich noch nicht. Weapons brauche ich auch nicht. Spezial. Tree Tap. Nein. Leaf Blower. Drei Eisen und Sollendroid. Habe ich den noch irgendwo? Sollendroid. Habe ich einen. Das ist schön. Dann Eisen. Drei Stück. Jetzt gehe ich her. Sorry, drei. Das sind vier. Das macht doch mal so, wie ich das will. Leaf Blower installieren. Blätter Radius. Pflanzen Radius. Sollte funktionieren. So. Äh, installieren. So. Wunderbar. Das ist schön. Das ist schön. Jetzt kann ich hier wieder zurück. Ich kann auch hier mal bei dem Baum schauen, wie es funktioniert mit dem Leaf Blower. Leaf Blower. Ah. Das ist gut. Das ist echt gut. Wenn die hier nebeneinander stehen, dann ist alles weg. Das ist so schön. Hier, Gummi-Setzlinge weg. Ist einfach nur toll. Ich sollte vielleicht den Radius ein bisschen verkleinern. Heißt das funktioniert auch hier. Oh, das will ich mal sehen. Funktioniert das auch hier in diesem dunklen Dings? Wo alles voller, äh, Dinger ist. Diesen dunklen Dings, wo alles voller Dinger ist. Genau. Ich und Sprache. Nicht so gut. Deutschlehrer wäre wahrscheinlich auch nicht das, was ich machen sollte. Mach ich ja auch nicht. Aber ich darf irgendwann mal Deutsch unterrichten. Das ist das Schöne. Könnt ihr euch vorstellen, bei mir irgendwann im Unterricht zu hocken? So. Oh, es funktioniert nicht. Aber ihr seid doch Blätter. Los. Verzieht euch Blätter. Oh. Es funktioniert nicht. Jetzt bin ich umsonst hierher gekommen. Es tut mir leid. Ich habe gehofft, dass es funktioniert. Ich habe keinen Plan, ob es hier wirklich zurückgeht. Oder ob ich nur blöd im Kreis rumlaufe. Da geht's zurück. Ha. Ich wusste es doch. Ne, wusste ich nicht. Ich habe gegarten, aber ich habe es gefunden. Hm. Gibt es eigentlich überhaupt einen Wald mit diesem ganzen Holz? Ja, das reicht mir halt nicht wirklich. Ich könnte es mal versuchen. Wieso habe ich jetzt zwei Sticks Buttons gemacht? Sagt mir das mal bitte. Ja. Ist doch gut hier drauf, oder? Ja. Schaut gut aus. Würde ich sagen. Dann haben wir wenigstens das Holz, so halbwegs für unser Zeug. Wir wissen auch, wo das Holz ist. Also wo es das Holz gibt. Habe ich Erde, dann kann ich hier mal dicht machen. So, hier kommt jetzt auf jeden Fall das hier noch mit rein. Dirt. Einfach ein Stack Dirt. Kann ich hier mal zumachen, weil das ist blöd hier. Also, ich kann ja hier normal auch rein, über meine wunderschöne, ja, so passt es. Über meinen wunderschönen Eingang hier vorne. Ist doch so besser. Ich mache jetzt mal diese blöde Nachricht da weg. So, dann sehe ich auch wenigstens, wie lange ich schon aufnehme. Was kann ich denn jetzt hier alles reinstellen? Ich müsste auch mal das ME-System umstellen. Und die Energie. Das heißt, ich bräuchte irgendwie einen Keller oder sowas. Am besten hier unten drunter. Den ich aufmachen kann für die Energie. So, was ich hier noch alles dabei habe. Los, äh, so. Ich wollte doch nicht den Erdscanner. Das hier wollte ich. So, hier alles rein. Ah, ist das schön mit dem ME-System. Du hältst dir mal die Klappe. Blöder Zombie. So, Tür zu. Und runter. Und noch eins runter. So, hier ist der Access-Port. Habe ich noch irgendwas fackeltechnisch dabei? Ja. Das ist toll. Fuckin. Ich mag fuckin. Sieht man wenigstens was. Und los machen wir denn hier den Keller. So könnte es am Anfang schon reichen. Ich will hier nicht so viel machen. Soll theoretisch nur für die Energieversorgung und so als Serverraum oder so dienen. Das könnte dann so theoretisch schon reichen. Na, einen machen wir hier noch. So, dann kommt ihr hier weg. Rue-Tile-Ohr. Okay. Wenn du willst. Eine wunderschöne Schaufel. So, einmal außenrum. Und dann kann ich mit dem großen noch ein bisschen arbeiten. So, und dich hier noch weg. So, sollte eigentlich hier funktionieren. Dann wärst du hier mein kleiner Serverraum. Wie ich das hier mache, damit ich dann zu dir runter komme, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall muss ich hier dann alles umstellen und den Wireless-Port hier hinten hinsetzen. Dann muss ich hier auch alles abbauen. Alles abbauen. Hierfür könnte ich mir eigentlich auch mal was bauen. Oh, vielleicht kommt hier dann noch so ein kleiner Turm hin. Willst du so ein kleiner, schöner Turm, wo dann oben sämtliches Zeug ist? Vielleicht noch ein anderes Häuschen. So ein bisschen Magie angehaucht. Man hat doch eigentlich immer im Spiel oder sowas. Oder in Fantasy-Geschichten der Turm des Magiers oder sowas. So wäre vielleicht der Turm eine schönere Variante. Die Türme sind meistens rund und rundbauen in Minecraft geht meistens nicht so. Ah, jetzt lass mich doch hier am Leben. Ich geh ja schon pennen. Entschuldigung. Monster nearby. Wegen dir. Wegen dir kann ich jetzt nicht schlafen. Schau mich an, wenn ich mir da rät. Danke. Mann. Entschuldigt. Ich und meinen Husten. Geh weg. Darf ich jetzt pennen? So, sagt mir, dass ich jetzt pennen darf. Ja. Weh. Ha. Jetzt habe ich es euch gegeben. Weh. Hier musste ich auch mal weitermachen bei Thaumcraft. Nur ich komme bei Thaumcraft nicht zurecht. Aua. Was es da alles Verschiedenes gibt. Äh. Wir haben sehr viele Kohle, wenn wir brauchen. Eine Enderpalle. Naja. Maw. Schöner Kaktus. Dann würde ich aber auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zägenläng. Sägenläng. Sägenläng. MäBlue. Sägenläng. clubs. Sägenläng. Gurol.